Was ist eigentlich das Kernmotiv dieser Serie? Beziehungslosigkeit, die Suche nach Liebe, Manipulation? Die Suche nach Liebe ist es ganz sicher. Jeder auf seine Art. Die Überwindung von Einsamkeit. Moritz in meiner Rolle geht das über den Geruch oder den Geruchssinn, weil er eigentlich, glaube ich, den normalen Umgang mit Menschen gar nicht so kennt. Aber jeder Figur in dieser Serie hat eigentlich einen anderen Bezug dazu und eine andere Geschichte. Und letztendlich kann man wirklich sagen, weil die Suche habe ich es noch gar nicht gehört, aber es ist letztendlich wirklich das, es ist versuchen, eine Verbindung zu finden zu den anderen Menschen, zur Außenwelt und selber einen Platz zu finden im Leben. Und das natürlich hat dann zur Folge, dass es gleichzeitig natürlich auch ein Kriminalfall ist und so weiter. Und sehr seltsame Menschen daran teilhaben. Jeder Mensch ist ein Abgrund. Trifft diese Weisheit auch auf die Serienfiguren zu? Ja, auf jeden Fall. Jeder in dieser Serie hat seinen eigenen, persönlichen, privaten Abgrund. Sie spielen Moritz de Vries. Wie tickt diese Figur? Er ist sehr distanziert zu allem um sich herum und dadurch, dass er Parfümeur ist und von Anfang an in seinem Leben eigentlich diese Begabung hat, ist das eigentlich zu seinem Charakter geworden. Er ist jemand, der riecht. Er riecht Umgebungen, er riecht Menschen, er riecht Gefühle beim Anderen. Er riecht Angst, Verunsicherung, Wut. Und so baut er sich seine ganze Welt eigentlich über einen Geruchssinn. Er ist ein Manipulator. Und glaube ich, dadurch, dass er sehr vereinsamt ist und keine wirkliche Fähigkeit hat, einen sozialen Kontakt, durchaus auch eine sehr gefährliche Figur. Philipp Kadelbach hat verraten, dass es schockierende und verstörende und, Zitat, beklemmende Szenen gibt. Gibt es ein Beispiel dafür? Oh, ich glaube, er redet vor allem auch über die jungen Darsteller. Also bei uns gibt es ja einmal in Alt und einmal in Jung. Ich weiß es nicht. Ich will auch nicht so viel verraten. Aber ja, es geht viel um kaputte Sexualität. Kernthema ist der menschliche Geruchssinn. Sensibilisiert sich der eigentlich durch die intensive Beschäftigung mit dem Thema? Ja, alles immer, wenn man sich mit einer Sache sehr stark beschäftigt, sensibilisiert man sich darin. Das ist ein bisschen wie mit der selektiven Wahrnehmung auch. Ich kann mich noch erinnern, beim allerersten Film ging es um die Zahl 23 und ich habe die überall gesehen, immer. Und so ist es jetzt auch, wenn man jemanden spielt, der über den Geruchssinn funktioniert, dann ist jede Szene oder jedes Set überall, wo man hinkommt, ist immer erst mal das, was man als erstes wahrnimmt, wie es hier riecht, wie der andere riecht. Ja, das Riechen spielt eine Rolle, ja, man beschäftigt sich damit. Ja, das Riechen spielt eine Rolle. Ja, das Riechen spielt eine Rolle.